Sie kamen ganz gemütlich angeritten und ohne ihre Pistolen und Masken hätte ich gedacht, die seien ganz harmlos. Dann haben sie gesagt, weder euer Geld noch euer Leben. Ja, sowas ähnliches. Madame Monsieur, ich begrüße euch. Ich würde stolz darauf sein, zu den Gefährten Jehuis zu gehören. Zu diesen Banditen? Es sind Edelmein. Abenteurer. Und wer ist diese Jehu? Ist eure Frage ernst gemeint? Man hat einen Leichnam aus der Sehne gefischt. Na ja, und? Und ein Schild mit unserem Namen drauf. Man kopiert uns. Eine Bande von Mördern und Halunken missbraucht unseren Namen. Ja! Erweist mir die Ehre. Ich schlage mich nicht mit einem... Mit einem Lakaien? Mit einem Räuber. Ich schlage mich nicht mit einem Räuber. Ich schlage mich nicht mit einem Räuber. Nos floor ist das. Untertitelung des ZDF, 2020